Was dieses Blatt Papier mit einem Kühlschrank zu tun hat, das sehen Sie gleich. Um in der Küche Energie zu sparen, sollten Sie darauf achten, dass die Kühlschranktür immer gut schließt. Ein ganz einfacher Lifehack, Sie stecken ein Papier in die Kühlschranktür und schauen, wie leicht es sich herausziehen lässt. Ist die Dichtung noch gut, lässt sich das Papier nicht herausziehen. Untertitelung des ZDF, 2020